Ja und damit hallo und herzlich willkommen nochmal zu World of Warcraft. Es gibt eine Kleinigkeit, die man noch erwähnen sollte. Ich habe hier schon mal für diesen einen Fuchs-Wind-Reiter ein kleines Video gemacht, wie man ihn bekommt. Jetzt gerade gibt es aktuell ein sehr interessantes Monster, nicht Monster, sondern Reittier, was sich ein bisschen was kosten lässt. Und zwar müsst ihr hier für Unterwald Racken hier unten hin. Und zwar gibt es hier eine neue Händlerin, und zwar Volley Xeulan. Und wenn ihr da etwas schaut auf etwas Teures und so, könntet ihr euch einen goldenen Resonanzkristall kaufen für, ich glaube, 1,2 Millionen Gold, für alle, die es Faustic hinter den Ohren haben. Oder noch diese Templer-Klinge für 200.000 Gold oder für 100.000 Gold dann auch noch dieses schöne Schild oder so. Oder, oder, oder. Also wer zu viel Gold hat, kann da gerne mal ein bisschen was verprassen. Ja, ansonsten gibt es noch etwas, was ihr jetzt mit dem Update bekommen könnt. Und zwar ist die Rückeroberung von Gineas freigeschaltet. Die habe ich eben mit Zoruk durchgezogen. Und da kriegt ihr die Züge des Gelnarischen Streuners, der auch richtig nice aussieht. Jetzt zeige ich euch mal hier. Und zwar ein Albino-Fuchs mit, ja, rosanen Augen. Normalerweise haben Albinos ja rote Augen, aber in dem Fall, ja, es ist halt ein wiederverwertetes Modell. Aber ich muss sagen, trotzdem nice und sehr erwähnenswert. Auch für ein kleines kurzes Video. Also, falls euch der entgehen sollte, macht die Questreihe ruhig. Die geht auch recht schnell. Ich habe die, glaube ich, in 10, 15 Minuten mit dann noch einen Kaffee machen und so abgekatert. Ein bisschen Story. Es werden ein, zwei Videos abgespielt. Und dann lohnt sich das für dieses Reit hier schon. Als kleinen Bonus kriegt man dann natürlich auch noch den Vorlagen. Ja, das will ich jetzt gerade nicht. Und zwar dieses, äh, Assembly-Gelnärische oder Gelnärische Adelstracht. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Ist halt ein Set, was man wieder gesammelt hat. Äh, neben den vielen ganzen anderen Sets, die man jetzt so im Moment zumindest hinterhergeschmissen bekommt. Und, ja, wie gesagt, lasst euch das ein oder andere nicht entgehen. Diesen goldenen Käfer gibt es wahrscheinlich dann mit dem Pre-Patch von The War Within nicht mehr. Also, wer das Gold hat, wer es ausgeben möchte, langt da gerne zu. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe mir von den Händler-Devisen, habe ich mir natürlich den in den Kupfer geholt. Und hört ihr das? Flap, 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 flap. Ich finde das echt urkomisch. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten WoW-Video wieder. Das werden dann natürlich Instanzen sein und sowas, ne? Äh, oder die nächste Loot-Kiste. Oder wenn ich irgendwas Interessantes, ähm, entdecke, was vielleicht noch keiner entdeckt hat. Oder was erwähnenswert ist, werde ich mich da natürlich einmal zu Wort melden. Deswegen sage ich bis dann. Ciao, ciao, haut rein.